Gut, wir haben unser Strukturmodell erzeugt, belastet, Lasten verteilt und jetzt würde mich vielleicht auch interessieren, sind unsere Bauteile überhaupt in der Lage, diese Lasten aufzunehmen. Und da interessiert mich jetzt zum Beispiel diese Außenwand oder diese Innenwand im Erdgeschoss und mich interessiert auch hier diese Stütze im Erdgeschoss. Wie gehen wir vor? Wir gehen einfach im Menüband weiter von der Lastverteilung zum Einzelbauteil. Das heißt, wir können jetzt aus unserem Strukturmodell Bemessungen mit der Baustatik für Einzelbauteilnachweise vorbereiten. Und da beginnen wir mit der Baustatik. Wir nehmen uns zum Beispiel das Modul S443 und jetzt können wir einfach ein Strukturelement anklicken. Sie sehen, passend zum Leistungsumfang des jeweiligen Moduls, hier kann ich nur ein Strukturelement auswählen. Wenn ich ein weiteres anklicke, passiert nichts. Ich kann aber das Ausgewählte nochmal anklicken, dann ist die Selektion wieder aufgehoben, weil ich mich vielleicht da im Millimeter verklickt habe und kann da nochmal eine andere Entscheidung treffen. Sie sehen, so lange, bis meine Entscheidung steht. Die will ich bemessen. Ich kann natürlich auch näher heranzoomen. Und wenn meine Auswahl korrekt ist, bestätige ich diese mit Enter. Es erscheint ein Dialog und hier kriegen wir einen Namen entsprechend der Auswahl vorgeschlagen. Das passt soweit. Wir nehmen hier eine Sichtdarstellung, Elementfarbe, 3D-Körper und Positionsname. Und jetzt erscheiden wir uns für das Lastniveau. Wir haben hier eine vertikale Lastverteilung, die wähle ich aus. Sie sehen, wir könnten auch mehrere hier verwalten. In unserem Beispiel jetzt ist es erstmal eine. Und wir können auch Haarlasten auswählen, hier mit dem Namen Haarlast. Ja, dann klicken wir einfach auf OK. Und jetzt bekommen wir das Berechnungsmodell für diese Wand dargestellt. Entsprechend der Auswahl hier unten unsere Belastungen am Wandfuß. Das werden einmal FR, also vertikale Lasten und entsprechend MS-Momente um die S-Achse dieses Strukturelementes. Beachten Sie die farbliche Kennzeichnung. Jetzt taucht hier eine gelbe Markierung auf, was Ihnen sofort zeigen soll. Das ist ein Berechnungsmodell für die Baustatik. Ja, ein kurzer Blick in das Fenster Berechnungsmodelle. Ich klappe das hier mal auf. Hier werden unsere Berechnungsmodelle aufgelistet. Sie sehen, die Berechnungsmodelle für den Struktureditor tauchen hier auf. H- und V-Lasten. Und für die Baustatik auch entsprechend das Berechnungsmodell W1-EG. Sie sehen, hier auf der rechten Seite gibt es eine Markierung. Hier steht rot, noch nicht freigegeben. Erinnern Sie sich an die Folie, die wir gesehen haben. Wir haben die Arbeitsschritte hier innerhalb der MB-Worksuite freigeben und verwenden. Denn noch haben wir das Berechnungsmodell erst einmal erstellt. Aber vielleicht wollen wir ja noch was verändern. Denn ich kann das Berechnungsmodell hier anklicken, könnte nochmal prüfen, was hatte ich denn jetzt für vertikale Lasten ausgewählt, welche horizontal. Kann das nochmal prüfen, vielleicht auch ändern. Und wenn ich wirklich weiß, genauso will ich das Bauteil bemessen, dann gehen wir in das Kontextregister und entscheiden uns für die Freigabe, dieses Berechnungsmodells. Und jetzt sehen wir, diese Markierung dreht sich von rot zu grün. Die Spalte daneben ist ein Strich, weil dieses Berechnungsmodell jetzt noch nicht verwendet wurde. Es gibt noch keine Bemessung. Ja, wir können das noch ein weiteres Mal ausprobieren. Wir gehen nochmal in diese Bearbeitungssicht. Und da haben wir ja hier unsere Stütze, die würde ich auch gern bearbeiten. Also gehen wir nochmal auf den Einzelbauteilnachweis, nehmen uns das Modul S402.de und dann klicken wir das Bauteil an. Auch hier dieses Baustatikmodul bearbeitet eine Stütze, Krag oder Pendelstütze. Deswegen kann ich hier keine weitere anklicken. Aber ich könnte natürlich die Selektion nochmal aufheben, falls ich mich hier bei der Auswahl verklickt habe. Aber ich kann natürlich nur Stützen selektieren, weil ich ja als erstes mich für das Modul entschieden habe. Ja, dann bestätigen wir die Auswahl mit Enter. Auch hier bekommen wir einen Namen vorgeschlagen. Wir sehen nochmal, welches Modul gewählt ist. Ich bleibe bei der Darstellung Elementfarbe mit 3D-Körper. Und die vertikalen Lasten, die holen wir uns hier auch aus der V-Lastermittlung. Ja, und dann sehen wir das hier genauso. Hier sehen wir natürlich auch nochmal der Hinweis auf diese 3D-Darstellung. Da sehen wir noch die Bauteilabmessungen mit dargestellt. Auch wenn hier in unserer Bearbeitungssicht beispielsweise immer noch das Systemlinienmodell, also reduziert, dargestellt wird. Und wir sehen hier am Stützenkopf besitzen wir jetzt also eine Belastung, Eigengewicht ungefähr 1,5 Mega Newton. Dann haben wir Nutzlasten und Schnee aus dem Dach. So, jetzt haben wir vielleicht hier so eine Darstellung. Wir sehen diese eine Stütze und wir sind uns vielleicht gar nicht sicher, welche Stütze war das genau. Wo steht die Stütze? Ich habe ja hier bereits einen Zustand mit einer sinnvollen Benahmung. Da sehe ich natürlich, ah, ich bin im Erdgeschoss und ich weiß natürlich, wo sich die Achsen B5, wo die Achsenkreuzung B5 sich befindet. Aber Sie als Zuschauer wissen das jetzt ja noch nicht. Und deswegen ein wichtiger Tipp. Ich gehe hier mal bewusst so ein Stück raus. Und wir sehen hier ja das Fenstermodell. Und im Fenstermodell stellen wir fest, ich klappe hier mal noch alles zu. Wir sehen, alle Augesymbole sind hier durchgestrichen. Das heißt, die Steuerung der Sichtbarkeit in einer Berechnungssicht erfolgt über die Auswahl des Berechnungsmodells. Hier die Stütze B5EG. Und wenn ich jetzt hier ein Augesymbol anklicke, dann kann ich das nutzen, um mir einfach den restlichen Bereich, den ich jetzt vielleicht gern sehen will, mit einzublenden. Und dann sehen wir alle Strukturelemente, die nicht Teil des Berechnungsmodells sind, die werden einfach grau dargestellt. Und damit habe ich sofort eine Orientierung. Ich bin hier im inneren Bereich, im Erdgeschoss. Ich könnte das Erdgeschoss natürlich auch wieder ausblenden und jetzt mal das Kellergeschoss mit dazunehmen, dass wir also hier erkennen, wo in unserem Gebäudekontext befindet sich denn eigentlich das Bauteil. Jawohl, ich schalte es wieder weg. Taste 0, sind wir wieder in der Vollbilddarstellung. Ja, wir gehen wieder zurück in unsere Bearbeitungssicht. Wobei, Stopp, einen Schritt gehen wir noch. Zur Wiederholung. Wir sehen hier im Fenster Berechnungsmodelle, hier taucht unser Berechnungsmodell für die Stütze auf. Auch hier der rote Punkt. Und ich gebe das Ganze hier auch noch frei, damit wir in der Folge in der Baustatik auf diese Position zurückgreifen können.